Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger will ihre Staatssekretärin Sabine Döring in den einstweiligen Ruhestand versetzen lassen. Darum habe sie Bundeskanzler Olaf Scholz gebeten. Nachdem Hochschullehrer in einem offenen Brief den Umgang mit pro-palästinensischen Demonstranten an der Freien Universität kritisiert hatten, soll die Staatssekretärin eine Prüfung im Ministerium veranlasst haben, ob Uni-Fördermittel gestrichen werden könnten. Im Mai errichten pro-palästinensische Demonstranten an der Berliner FU ein Protestcamp, skandieren antisemitische Parolen, die Polizei räumt. Mehr als 100 Hochschullehrer und Mitarbeiter veröffentlichen anschließend einen offenen Brief, stellen sich hinter die Demonstranten. Die Hassparolen gegen Israel werden darin nicht erwähnt. Jetzt folgen Konsequenzen, aber nicht für die Briefverfasser, sondern für Sabine Döring, Staatssekretärin im Bildungsministerium. Sie soll intern um eine Prüfung gebeten haben, ob Aussagen im Brief strafrechtlich relevant sind und Fördermittel für die Hochschullehrer, die ihn unterschrieben haben, gestrichen werden können. Nun will Ministerin Stark-Watzinger ihre Staatssekretärin in den einstweiligen Ruhestand schicken. Der entstandene Eindruck sei geeignet, das Vertrauen von Wissenschaftlern in ihr Ministerium zu beschädigen. Und Wissenschaftsförderung erfolgt nach wissenschaftlichen Kriterien, nicht nach politischer Weltanschauung, teilte die FDP-Politikerin mit. Im Mai hatte Stark-Watzinger den Brief der Hochschullehrer selbst scharf kritisiert. Man darf in unserem Land demonstrieren, man darf an Staaten Kritik üben, man muss auch Leid betrauern können. Das muss man aber klar trennen von Antisemitismus, der eben nicht erlaubt ist. Und Gewaltformen an Hochschulen, das Verschließen der Zugänge oder aber auch das Besetzen von Hörseelen, dass ja dann anderen wieder ihre Freiheit nimmt, das ist nicht tolerierbar. In der vergangenen Woche erklärte Staatssekretärin Döring, der Entzug von Fördermitteln habe in der Hausleitung nicht zur Debatte gestanden. Jetzt muss sie dennoch gehen. Bleiben darf hingegen bislang die Präsidentin der Technischen Universität Berlin, Geraldine Rauch. Sie hatte einen antisemitischen Online-Beitrag geliked und steht deshalb massiv in der Kritik. Ja, es ist ein bisschen eine nicht undurchsichtige Gemengelage, aber zumindest komplex ist sie. Ulf Porsche, Chefredakteur der Weltgruppe, ist bei mir. Aus deiner Sicht steht dieser Vorgang, das, was da gerade passiert, um diese Staatssekretärin und die Bildungsministerin wofür? Ja, ich glaube, genau wie du gesagt hast, das ist eine komplexe Angelegenheit. Wir haben hier drei Ebenen. Die erste Ebene ist etwas, was ich glaube ganz wichtig ist, die Wissenschaftsfreiheit, genauso wie die Meinungspresse. Also Kunstfreiheit, das ist etwas, was uns sehr wichtig ist, wofür wir ja auch, wenn ich mal ganz kurz über uns sprechen darf, als Unternehmen stehen und als Marke. Freiheit, absolut zentraler Wert. Dann wird es aber schon spannend, wie gehen wir mit den Freiheitsrechten derjenigen um, die Feinde der Freiheit sind und erklärtermaßen Dinge verklären, großartig finden, die Freiräume einschränken. Da sind wir dann bei den pro-palästinensischen, in Teilen ja pro-Hamas-Demonstrationen, bei roten Dreiecken, Warnungen, Todesdrohungen, jüdische Studentinnen und Studenten, die nicht mehr in die TU gehen, gab unsägliche Aktionen. Die Freiheit der jüdischen Studenten, wie ordnen wir das ein? Und dann gab es den offenen Brief der wenig und kaum verholenden Sympathisanten dieser Art von Protest. Und da wurde kritisiert, der Einsatz der Polizei, da wurde kritisiert, dass man mit denen nicht ganz viel gesprochen hat. Das Klima des Terrors und der Einschüchterung, das von solchen Demonstranten ausgeht, wurde nicht erwähnt. So, und jetzt kommen wir zu dem Fall, über den man sicherlich diskutieren kann. Die Staatssekretärin hat dann scheinbar eigenmächtig, und ich glaube, das ist der eigentliche Grund für die Versetzung in den Ruhestand, eine Prüfung, hier steht in der, ich habe mir die Erklärung mal ausgedruckt und genau durchgelesen, Beamtenpolitikerdeutsch, missverständlich ausgedrückt, dass sie prüfen würde, wer davon Fördermittel bekommt und ob man die, und das steht ja im Raum, deswegen in Frage stellt. Ich finde die Frage zumindest diskussionsfähig, ob wir Professorinnen und Professoren mit Steuergeldern finanzieren, die in Sachen Antisemitismus nicht klar sind. Also wir haben Freiheit, ja, wir haben mit der Freiheit derjenigen, die Freiheit verunmöglichen wollen, und das ist ja am Ende all der Barbaren, die im Augenblick weltweit im Westen demonstrieren für die Hamas und für die Palästinenser. Und dann haben wir auf einer Ebene ganz einfach, wenn deine eigene Staatssekretärin an dir vorbei und so liest sich das, das angeordnet hat, ohne Rücksprache, wohl wissend oder nicht ahnend, noch schlimmer eigentlich, dass das ein politisches Skandal ist, ja. Aber dann sind wir wieder bei Güterabwägung und vor allem der Schwere. Du sagst einerseits Wissenschaftsfreiheit, andererseits ist das noch alimentierbar, unterstützbar, wenn ich krudes und falsches Gedankengut pflege, wobei auch das natürlich eine Einschätzung bedarf. Im Sinne von antisemitisch sind wir uns völlig einig, aber da ist die Frage, Wissenschaft höher oder dann doch niedriger? Naja, ich glaube, so würde ich es nicht sehen wollen. Also, wir sind ja Lichtjahre davon entfernt, dass irgendeiner dieser in Teilen vollkommen absurden postkolonialen Lehrstühle auch nur einen Cent weniger bekommt. Passiert ja nicht. Dass man aufgrund einer solchen Entwicklung, ich meine die dramatischen Entwicklungen in den USA, in den Ivy Leaks, wo es ja auch zu dramatischen Veränderungen kommen wird, dass man sich das mal anguckt, ist für mich nicht ein Skandal. Dass man fragt, haben wir denn unter Umständen den einen oder anderen, der da aktivistisch als Wissenschaftler so einen Brief mitverfasst, mit Steuergeldern finanziert, einfach nur mal zu gucken oder wie gefördert haben, finde ich auch okay. Wenn ein Jungtum entsteht, das darfst du und das nicht, sonst entstehen dir Nachteile bei der Förderung. Darüber müsste man diskutieren. Und ich finde, diese Diskussion steht in Teilen auch an. Also, ich würde die Freiheitsfrage immer absolut setzen. Aber wenn es etwas gibt, was die Freiheitsfanatiker immer problematisieren, ist, die Freiheit für die Feinde der Freiheit ist ein großes Problem. Ulf Pauschardt, danke. Warst du philosophisch? Nee, es war schon klar, Ulf. Aber es ist eben ein hochkomplexes Thema, hast du eingangs gesagt. Und ich glaube, das ist auch noch nicht zu Ende diskutiert und noch nicht zu Ende gedacht. Dankeschön. Gerne. Gut. Untertitelung des ZDF, 2020